Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Format, nämlich Minecraft. Also ich hätte vorgehabt, dass wir eine Kreativ-Mod machen. Sagt die Unfriedliche. Du kannst kaum Klappen in ein Meer sammeln. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht so möglich, oder? Doch, ich glaube ich wusste es, ich wusste es nicht. Oder? Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich bin ein bisschen durcheinander. Vielen Dank. 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 Ja, Gott. Ja, ja. Ah, ein schönes Ding. Mache ich hier ein Kreuzchen. So ab Gipfung oder Fries. Oh, keine Ahnung. Weil es gibt ja so Gipfungkreuz und so. Ich glaube, deswegen mache ich es auch so. Ich glaube, es gibt ja so Gipfung. 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 Und hier platziere ich eine Bank hin, Leute. Also, ich glaube, eine Bank. Ich glaube, da kann ich schön sein. Da eine Bank. Ich glaube, es sieht das gut aus. Ich glaube, es ist 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 das gut aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich glaube, hier baue ich noch einen kleinen Stall und dann mache ich auch Schluss mit dieser Folge. Wenn ihr mehr wollt, von diesem Projekt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gemacht. Ja, das war's dann mit der Folge. So, tschüss Leute.